Die UN-Welt-Welt-Welt-Welt! Es ist schon bewusst, was das für die nächsten 50 Jahre laufen wird. War es deshalb so schön? Ja, alles nicht so gut. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Weltmeister geworden sind. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und mit dieser tollen Mannschaft. Ich glaube, das ist einfach ein Ding der Geschichte. Wir haben zweifelsohne, aber nochmal, ganz im Ernst. Wir sind ja unter uns, mit der Brust runter und dann locker rein. Also viele sagen, wenn wir mit dem Trainer gehen,